Es war so, wie die Tante geschrieben. Dubslav hatte sich als konservativen Kandidaten aufstellen lassen. Und wenn für Woldemar noch Zweifel darüber gewesen wären, so hätten einige am Tage darauf von Lorenzen eintreffende Zeilen diese Zweifel beseitigt. Es hieß in Lorenzens Brief, seit deinem letzten Besuch hat sich hier allerlei Großes zugetragen. Noch am selben Abend erschienen Gundermann und Kuseleger und drangen in deinen Vater zu kandidieren. Er lehnte zunächst natürlich ab, er sei weltfremd und verstehe nichts davon, aber damit kam er nicht weit. Kuseleger, der, was ihm auch später noch von Nutzen sein wird, immer ein paar Anekdoten auf der Pfanne hat, erzählte ihm sofort, dass vor Jahren schon, als ein von Bismarck zum Finanzminister aus ersehener sich in gleicher Weise mit einem »Ich verstehe nichts davon« aus der Affäre ziehen wollte, der bismarkisch prompten Antwort begegnet sei, »Darum wähle ich sie ja gerade, mein Lieber.« Eine Geschichte, der dein Vater natürlich nicht widerstehen konnte. Kurzum, er hat eingewilligt. Von Herumreisen ist selbstverständlich Abstand genommen worden, ebenso vom Redenhalten. Schon nächsten Sonnabend haben wir Wahl. In Rheinsberg, wie immer, fallen die Würfel. Ich glaube, dass er siegt. Nur die Fortschrittler können in Betracht kommen und allenfalls die Sozialdemokraten, wenn vom Fortschritt, was leicht möglich ist, einiges abbröckelt. Unter allen Umständen schreibe deinem Papa, dass du dich seines Entschlusses freutest. Du kannst es mit gutem Gewissen. Bringen wir ihn durch, so weiß ich, dass kein Besserer im Reichstag sitzt und dass wir uns alle zu seiner Wahl gratulieren können. Er sich persönlich allerdings auch, denn sein Leben hier ist zu einsam. So sehr, dass er, was doch sonst nicht seine Sache ist, mitunter darüber klagt. Das war das, was ich dich wissen lassen musste. Sonst nichts Neues vor Paris. Krippenstapel geht in großer Aufregung einher, ich glaube, wegen unserer auf Donnerstag in Stechlin selbst angesetzten Vorversammlung, wo er mutmaßlich seine herkömmliche Rede über den Bienenstaat halten wird. Empfiehl mich deinen zwei liebenswürdigen Freunden, besonders Chaco. Wie immer dein alter Freund Lorenzen. Woldemar, als er gelesen, wusste nicht recht, wie er sich dazu stellen sollte. Was Lorenzen da schrieb, dass kein Besserer im Hause sitzen würde, war richtig. Aber er hatte trotzdem Bedenken und Sorge. Der Alte war durchaus kein Politiker. Er konnte sich ja so stark in die Nesseln setzen. Ja, vielleicht zur komischen Figur werden. Und dieser Gedanke war ihm, dem Sohne, der den Vater schwärmerisch liebte, sehr schmerzlich. Außerdem blieb doch auch immer noch die Möglichkeit, dass er in dem Wahlkampf unterlag. Diese Bedenken Woldemars waren nur allzu berechtigt. Es stand durchaus nicht fest, dass der alte Dubslav, so beliebt er selbst bei den Gegnern war, als Sieger aus der Wahlschlacht hervorgehen müsse. Die Konservativen hatten sich freilich daran gewöhnt, Rheinsberg-Wutz als eine Hochburg anzusehen, die der staatserhaltenden Partei nicht verloren gehen könne. Diese Vorstellung aber war ein Irrtum. Und die bisherige Referenz gegen den alten Kortschädel wurzelte lediglich in etwas Persönlichem. Nun war ihm Dubslav an Ansehen und Beliebtheit freilich ebenbürtig, aber das mit der ewigen persönlichen Rücksichtnahme musste doch mal ein Ende nehmen. Und das Anrecht, das sich der alte Kortschädel ersessen hatte, mit diesem musste es vorbei sein. Eben weil es sich endlich um einen neuen handelte. Kein Zweifel, die gegnerischen Parteien regten sich. Und es lag genau so, wie Lorenzen an Woldemar geschrieben, dass ein Fortschrittler, aber auch ein Sozialdemokrat gewählt werden könne. Wie die Stimmung im Kreise wirklich war, das hätte der am besten erfahren, der im Vorübergehen an der Kontortür des alten Baruch-Hirschfeld gehorcht hätte. Lass dir sagen, Isidore, du wirst also wählen den guten alten Herrn von Stechlin. Nein, Vater, ich werde nicht wählen den guten alten Herrn von Stechlin. Warum nicht? Ist er doch ein lieber Herr und hat das richtige Herz. Das hat er. Aber er hat das falsche Prinzip. Isidore, sprich mal nicht von Prinzip. Ich habe dich gesehen, als du hast charmiert mit dem Mariechen von nebenan und hast dir aufgebunden das Schürzenband und sie hat dir gegeben einen Klaps. Du hast gebuhlt um das christliche Mädchen und du buhlst jetzt, wo die Wahl kommt, um die öffentliche Meinung. Und das mit dem Mädchen, das wirst du verziehen. Aber die öffentliche Meinung, verzeih ich dir nicht, wirst du Vater leben. Haben wir doch die neue Zeit. Und wenn ich wähle, wähle ich für die Menschheit. Geh mir Isidore, die kenne ich, die Menschheit. Die will haben, aber nicht geben. Und jetzt wollen sie auch noch teilen. Lass sie teilen, Vater. Gott der Gerechte. Was meinst du, was du kriegst? Nicht den zehnten Teil. Und ähnlich ging es in den anderen Ortschaften. In Wutz sprach Fix für das Kloster und die Konservativen im Allgemeinen, ohne dabei Dubslav in Vorschlag zu bringen, weil er wusste, wie die Domina zu ihrem Bruder stand. Ein Linkskandidat aus Kremen schien denn auch in der Wutzer Gegend die Oberhand gewinnen zu wollen. Noch gefährlicher für die ganze Grafschaft war aber ein Wanderapostel aus Berlin, der von Dorf zu Dorf zog und die kleinen Leute dahin belehrte, dass es ein Unsinn sei, von Adel und Kirche was zu erwarten. Die vertrösteten immer bloß auf den Himmel. Achtstündiger Arbeitstag und Lohnerhöhung und Sonntagspartie nach Finkenkrug. Das sei das Wahre. So zersplitterte es sich aller Orten. Aber wenigstens um den Stechlin herum hoffte man der Sache noch Herr werden und alle Stimmen auf Dubslav vereinigen zu können. Im Dorf Kruge wollte man zu diesem Zwecke beraten und Donnerstag, 7 Uhr, war dazu festgesetzt. Der Stechliner Krug lag an dem Platze, der durch die Kreuzung der von Wuts her heranführenden Kastanienallee mit der eigentlichen Dorfstraße gebildet wurde und war unter den vier hier gelegenen Eckhäusern das stattlichste. Vor seiner Front standen ein paar uralte Linden und drei, vier Stehkrippen waren bis dicht an die Hauswand herangeschoben, aber alle ganz nach links hin, wo sich Eckladen und Gaststube befanden, während nach der rechten Seite hin der große Saal lag, in dem heute Dubslav, wenn nicht für die Welt, so doch für Rheinsberg-Wutz und wenn nicht für Rheinsberg-Wutz, so doch für Stechlin und Umgegend proklamiert werden sollte. Dieser große Saal war ein fünffenstriger Längsraum, der schon manchen Schottischen erlebt, was er in seiner Erscheinung auch heute nicht zu verleugnen trachtete, denn nicht nur waren ihm alle seine blanken Wandleuchter verblieben, auch die mächtige Bassgeige, die jedes Mal wegzuschaffen viel zu mühsam gewesen wäre, guckte schräg gestellt mit ihrem langen Halse von der Musikempore her über die Brüstung fort. Unter dieser Empore, quer durch den Saal hin, stand ein für das Komitee bestimmter länglicher Tisch mit Tischdecke, während auf den links und rechts sich hinziehenden Bänken einige zwanzig Vertrauensmänner saßen, denen es hinterher oblag, im Sinne der Komiteebeschlüsse weiterzuwirken. Die Vertrauensmänner waren meist wohlhabende Stechliner Bauern, untermischt mit offiziellen und halboffiziellen Leuten aus der Nachbarschaft, Förster und Waldhüter und Vormänner von den verschiedenen Glas- und Teeröfen. Zu diesen gesellte sich noch ein Torfinspektor, ein Vermessungsbeamter, ein Steueroffiziant und schließlich ein gescheiterter Kaufmann, der jetzt Agent war und die Post besorgte. Natürlich war auch Landbriefträger Bose da, samt der gesamten Sicherheitsbehörde, Fußgendarm Unke und Wachtmeister Piterke von der reitenden Gendarmerie. Piterke gehörte nur halb mit zum Revier. Es war das immer ein streitiger Punkt, erschien aber trotzdem mit Vorliebe bei Versammlungen derart. Es gab nämlich für ihn nichts Vergnüglicheres, als seinen Kameraden und Amtsgenossen Unke bei solcher Gelegenheit zu beobachten und sich da bei seiner ungeheuren, übrigens durchaus berechtigten, Überlegenheit als schöner Mann und ehemaliger Garde-Curassier bewusst zu werden. Unke war ihm der Inbegriff des Komischen. Und wenn ihn schon das rote, verkupferte Gesicht an und für sich amüsierte, so doch viel, viel mehr noch der gefärbte Schuhbürstenbackenbart, vor allem aber das Augenspiel, mit dem er den Verhandlungen zufolgen pflegte. Piterke hatte recht, Unke war wirklich eine komische Figur. Seine Miene sagte beständig, »An mir hängt es!« Dabei war er ein höchst gutmütiger Mann, der nie mehr als nötig aufschrieb und auch nur selten auflöste. Der Saal hatte nach dem Flur hin drei Türen, an der Mitteltür standen die beiden Gendarmen und rückten sich zurecht, als sich der Vorsitzende des Komitees mit dem Glockenschlag sieben von seinem Platz erhob und die Sitzung für eröffnet erklärte. Dieser Vorsitzende war natürlich Oberförster Katzler, der heute statt des bloßen schwarz-weißen Bandes sein bei Saint-Marie-Auchene erworbenes eisernes Kreuz in Substanz eingeknöpft hatte. Neben ihm saßen Superintendent Kuseleger und Pastor Lorenzen, an der linken Schmalseite Krippenstapel, an der rechten Schulze Gluckhohn, letzterer auch dekoriert, und zwar mit der Düppel-Medaille. Trotzdem er bei Düppel in der Reserve gestanden. Er scherzte gern darüber und sagte, während er seine beneidenswerten Zähne zeigte, Tja, Kinder, so geht es. Bei Arlsen war ich, aber bei Düppel war ich nicht. Und dafür habe ich nur die Düppel-Medaille. Schulze Gluckhohn war überhaupt eine humoristisch angeflogene Persönlichkeit, Liebling des alten Dubslav, und trat immer, wenn sich die alten Kriegerbundleute von 66 und 70 aufs hohe Pferd setzen wollten, für die von 64 ein. Tja, 64, Kinder, da fing es an. Und aller Anfang ist schwer. Ja, Anfang ist immer die Hauptsache. Das andere kommt dann schon wie von selbst. Ein alter Glopsoer, der bei Spichern mitgestürmt und sich durch besondere Tapferkeit hervorgetan hatte, war denn auch bloß, weil er einer von Anno 70 war, ein Gegenstand seiner besonderen Bemängelungen. Ich will ja nicht sagen, Tübeke, dass es bei Spichern gar nichts war. Aber gegen Düppel, wenn ich auch nicht mit dabei gewesen, gegen Düppel war es gar nichts. Wie war es denn bei Spichern, wovon du so viel rätst, als ob sich 64 daneben verstecken müsste? Bei Spichern, da waren Menschen oben, aber bei Düppel, da waren Schanzen oben, und ich sah dir Schanzen mit dem Turm drin. Da pfeift es ganz anders. Das heißt, vom Pfeifen war schon eigentlich gar keine Rede mehr. Eine Folge dieser Anschauung war es denn auch, dass sie den Augenklughuhnster Pionier Klinke, der bei Düppel unter Opferung seines Lebens den Palisadenpfahl von Schanze 3 weggesprengt hatte, der eigentliche Held aller drei Kriege war und alles in allem nur einen Rivalen hatte. Dieser eine Rivale stand aber drüben auf Seite der Dänen und war überhaupt kein Mensch, sondern ein Schiff und hieß Rolf Krake. Ja, genau, wie wir nur da so rübergundelten, da lag das schwarze Biest immer dicht neben uns und sah aus wie ein Sarge. Und wenn es gewollt hätte, so wäre es auch alle mit uns gewesen und bloß nach Plumps in den Alsensund. Und weil wir das wussten, schossen wir immer drauf los, denn wenn einem so zumute ist, dann schießt der Mensch immer zu. Ja, Rolf Krake war eine fatale Sache für Kluckuhn gewesen, aber dasselbe schwarze Schiff, das ihm damals so viel Furcht und Sorge gemacht hatte, war doch auch wieder ein Segen für ihn geworden und man dürfte sagen, sein Leben stand seitdem im Zeichen von Rolf Krake. Wie Gundermann immer der Sozialdemokratie das Wasser abstellen wollte, so verglich Kluckuhn alles zur Sozialdemokratie-Gehörige mit dem schwarzen Ungetüm im Alsensund. Ich sage euch, was sie jetzt die soziale Revolution nennen. Das liegt neben uns wie damals Rolf Krake. Bibel wartet bloß und mit eins Fächter dazwischen. Schulze Kluckuhn war der ganzen Stechliner-Gegend sehr angesehen und als er jetzt mit seiner Medaille so da saß, dicht neben Kuseleger, war er sich dessen auch wohl bewusst. Aber gegen Krippenstapel, den er als Schulpauker und Bienenvater eigentlich nicht für voll ansah, kam er bei dieser Gelegenheit doch nicht an. Krippenstapel hatte heute ganz seinen großen Tag. So sehr, dass selbst Kluckuhn seinen Ton herabstimmen musste. Katzler, ein entschiedener Nichtredner, begann, als er sich mit seinem Notizenzettel, auf dem verschiedene Satzanfänge standen, erhoben hatte, mit der Versicherung, dass er den so zahlreich Anwesenden, unter denen vielleicht auch einige Andersdenkende seien, für ihr Erscheinen danke. Sie wüssten alle, zu welchem Zweck sie hier seien. Der alte Kortschädel sei tot, er ist in Ehren hingegangen und es handele sich heute darum, dem alten Herrn von Kortschädel im Reichstag einen Nachfolger zu geben. Die Grafschaft habe immer konservativ gewählt, es sei Ehrensache, wieder konservativ zu wählen. Und ob die Welt voll Teufel wäre. Es liege der Grafschaft ob, dieser Welt des Abfalls zu zeigen, dass es noch Städten gäbe. Und hier sei eine solche Stätte. Wir haben, glaube ich, so schloss er, niemand an diesem Tisch, der das Parlamentarische voll beherrscht, weshalb ich bemüht gewesen bin, das, was uns hier zusammengeführt hat, schriftlich niederzulegen. Es ist ein schwacher Versuch, jeder tut so viel er kann. Und der Brombeerstrauch hat eben nur seine Beeren. Aber auch Sie können den durstigen Wanderer erfrischen. Und so bitte ich denn unseren politischen Freund, dem wir außerdem für die Erforschung dieser Gegenden so viel verdanken, ich bitte Herrn Lehrer Krippenstapel, uns das von mir Aufgesetzte vorlesen zu wollen. Ein Pro Memoria, man kann es vielleicht so nennen. Katzler unter Verneigung setzte sich wieder, während sich Krippenstapel erhob. Er blätterte wie ein Rechtsanwalt in einer Anzahl von Papieren und sagte dann, ich folge der Aufforderung des Herrn Vorsitzenden und freue mich, berufen zu sein, ein Schriftstück zur Verlesung zu bringen, das unser aller Gefühlen, ich bin dessen sicher und glaube, von den Einschränkungen, die unser Herr Vorsitzender gemacht hat, absehen zu dürfen, zu kräftigstem Ausdruck verhilft. Und nun setzte Krippenstapel seine Hornbrille auf und las. Es war ein ganz kurzes Schriftstück und enthielt eigentlich dasselbe, was Katzler schon gesagt hatte. Die Betonungen Krippenstapels sorgten aber dafür, dass der Beifall reichlicher war und dass die Schlusswendung, und so vereinigen wir uns denn in dem Satze, »Was um den Stechlin herum wohnt, das ist für Stechlin«, einen ungeheuren Beifall fand. Peterke hob seinen Helm und stieß mit dem Palasch auf, während Unke sich umsah, ob doch vielleicht ein einzelner Übelwollender zu notieren sei. Nicht um ihn direkt anzuzeigen, aber doch zur Kenntnisnahme. Brose, der wohl eine Folge seines Berufs unter dem ungewohnten langen Stillstehen gelitten hatte, nahm im Vorflur wie zur Niederkämpfung seiner Beinnervosität eine Art Probegeschwindschritt rasch wieder auf, während Kluckuhn sich von seinem Stuhl erhob, um Katzler erst militärisch und dann unter gewöhnlicher Verbeugung zu begrüßen, wobei seine Düppelmedaille dem katzlerschen Eisernen Kreuz entgegenpendelte. Nur Koselege und Lorenzen blieben ruhig. Um des Superintendenten Mund war ein leiser, ironischer Zug. Dann erklärte der Vorsitzende die Sitzung für geschlossen, alles brach auf und nur Unke sagte zu Brose, »Wir bleiben noch, Brose. Morgen wird es Lauferei genug geben.« »Denk ich auch, aber lieber laufen, als hier so stille stehen.«